Dann kannst du sie schon mal hinziehen, wenn du möchtest, machen wir das nächste, das ist schon ganz gut gelaufen, dann gucken wir weiter, okay? Super, ja ich habe auch eine Frage an dich. Ja, wer bist du denn? Ich bin die Tatjana. Okay, wo kommst du her, hier aus Frankfurt oder? Äh, ja, umgekehrt. Okay, ja erzähl doch mal, wie kommst du her, wie, was war der Grund? Also ich wollte eine Abitur suchen und ich habe sie im Winter nicht gefunden. Okay, hast du schon Erfahrung mit dem Modeling oder? Ja, also mit 12 und 14 habe ich schon angefangen, aber war halt nichts richtiges, jetzt will ich richtig anfangen. Okay, ja super, was kommt als nächstes Outfit, was hast du dir überlegt? Äh, jetzt was sportliches, vielleicht mehr so Poly, so sportlich. Also ein bisschen Abwechslung hast du mitgebracht. Ja, klasse, sieht doch bis jetzt alles gut aus. Dann einfach Spaß haben, einmal umziehen würde ich sagen und dann geht's gleich weiter, ja? Danke.